Hallo, mein Name ist Lisa von CapTrader. Heute begrüßen wir David Frank. Bitte stell dich kurz vor. Ja, hallo Lisa, vielen Dank. Mein Name ist David Frank. Ich bin 34 Jahre alt, inzwischen acht Jahre mit meiner Frau verheiratet und Vater von zwei Kindern, einer kleinen Tochter und einem kleinen Sohnemann. Von Berufs wegen bin ich studierter Diplomkaufmann und jetzt seit mehreren Jahren schon für eine sehr große Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmensberatungsgesellschaft tätig. Und nebenbei betreibe ich jetzt seit 2017 meinen Blog jungenrente.de, auf dem ich sehr transparent darstelle, wie ich meinen Weg zur finanziellen Freiheit streite. An welchem Punkt hast du dich dazu entschieden, auf den Traum der Frührente hinzuarbeiten? Was war ausschlaggebend dafür? Das ist eine ganz schwierige Frage, um ehrlich zu sein, weil den genauen Zeitpunkt auszumachen, wo es mich da mit dem finanzielle Freiheit Fieber gepackt hat, kann ich gar nicht mehr so genau rekapitulieren. Was man, glaube ich, sagen kann, ich habe schon immer ein Faible fürs Geld sparen gehabt, immer schon fürs Geld vermehren. Und irgendwann ist mir dann eingeleuchtet, oh, durch Dividenden und Zinsen, da lässt sich ohne Arbeit irgendein Einkommen schaffen. Bis es dann aber so richtig Klick gemacht hat, dass man wirklich auch irgendwann vielleicht davon leben könnte. Ich glaube, das ist so 2013, 2014 geschehen, als ich so auf die ersten US-Blogger gestoßen bin, die relativ transparent aufgezeigt haben, dass man auch mit einem Mittelschichtseinkommen es schaffen kann. Sich, sage ich mal, aus dem Hamsterrad des üblichen Lebens mit einer Arbeit bis zur Rente, ja, auch so durchschlagen kann und dann vielleicht den Rentenbeginn so schon um einige Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte vorziehen kann. Ja, hast du dich denn vorher schon intensiv mit Wertpapieren beschäftigt und Kapital investiert? Ja, in der Tat. Ich habe relativ früh auch, ja, durch das Sparen meiner Eltern gewünschtig im Teenager-Alter eine kleine Summe zur Verfügung gestellt bekommen. Das war das Kindergeld, was meine Eltern jahrelang zurückgelegt hatten. Und da hat es dann angefangen, bei der örtlichen Sparkasse mal in die Deka Aktien- und Rentenfonds zu investieren. Das war dann noch nicht ganz so lukrativ, wie man sich das vielleicht zu der Zeit gewünscht hätte. Aber relativ schnell bin ich dann auch auf den Zug der Einzelaktien aufgesprungen. Und noch während meines Zivildienstes, da muss ich so 18, 19 Jahre alt gewesen sein, hat dann meine erste Einzelaktie Einzug in mein Depot gefunden. Und so hat das Ganze dann seinen Lauf genommen. Ja, das klingt spannend. Was sind so die wichtigsten Erfahrungen, die du am Markt gemacht hast? Das ist natürlich eine sehr allgemeingültige Frage, sage ich jetzt mal, weil natürlich über die Jahre und jetzt bei mir schon die letzten anderthalb Jahrzehnte einige Erfahrungen da zu Buche stehen. Ich glaube, was man generell sagen kann, ganz wichtig ist, und das haben wir die letzten zehn Jahre insbesondere gesehen, Gewinne laufen zu lassen. Das ist ein Fehler, den habe ich schon in sehr frühen Jahren begangen und daraus auch gelernt, dass man eben nicht nur, weil ein Fonds oder ein Wertpapier mal 10, 20 Prozent im Plus steht, das dann auch direkt zu verkaufen und die Gewinne mitzunehmen, sondern lieber ein bisschen langfristiger zu denken, die Gewinne laufen zu lassen und das Ganze dann mal für sich arbeiten zu lassen. Was eine wichtige Erkenntnis war, ist, dass es unglaublich schwierig ist, eine langfristige Outperformance über den Markt zu erzielen durch die Einzelaktienauswahl. Und etwas, was ganz wichtig ist, und das hat man glaube ich jetzt zuletzt auch nochmal Anfang des Jahres mit dem Corona-Crash erlebt, dass man ordentliches Risikomanagement und Liquiditätsmanagement hat. Sprich, dass man nicht zu viel in eine Position investiert, dass man ausreichend diversifiziert ist und dass man tatsächlich auch nur das Geld investiert, was man langfristig entbehren kann, sodass nicht im schlimmsten Fall gerade in einem Börsen-Crash man da irgendwelche Wertpapiere, Fonds etc. deinvestieren muss, nur weil man gerade an die Kohle dran muss. Das stimmt. Und wie definierst du finanzielle Freiheit für dich? Ja, finanzielle Freiheit ist natürlich auch momentan so ein Begriff, der in Liebe geworden ist. Das war noch vor vier, fünf Jahren ganz anders. Finanzielle Freiheit, ich glaube, das definiert auch jeder anders. Finanzielle Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit, da wird ja teilweise sehr feinsäuberlich separiert. Für mich bedeutet es persönlich, dass ich sagen kann, okay, ich schaffe es mit meinen Kapitaleinkünften nach Steuern, also die Zinsen, den Optionserträgen, meine monatlichen Kosten, die durchschnittlich anfallen, zu decken. Ab dem Zeitpunkt, wo das der Fall wäre, da würde ich mich finanziell frei fühlen, weil das würde für mich bedeuten, ich muss nicht mehr einer Arbeit nachgehen. Ich bin nicht mehr auf mein Arbeitseinkommen angewiesen. Ich kann weiter arbeiten gehen, wenn es mir Spaß macht, so wie es derzeit der Fall ist. Aber ich muss es nicht, weil eben die Kosten durch meine Kapitaleinkünfte betreffend werden. Und du betonst, dass deine Familie und du keine Fuggerlisten seid. Und was stört dich oder euch, trotzdem auf größere Investitionen zu verzichten? Ja, das stimmt. Frugalistisch sind wir in dem Sinne nicht. Ich glaube, man kann schon sagen, wir sind die letzten Jahre über sehr sparsam gewesen. Sonst hätten wir es auch nicht auf die Ersparnisse gebracht, die wir inzwischen angehäuft haben. Frugalismus würde für mich jetzt bedeuten, wirklich auf einige Dinge zu verzichten, die mir wirklich wichtig sind. Und wo wir überhaupt keine Abstriche machen wollen, ist A, Essen. Essen ist für uns ein ganz essenzieller Bestandteil des Lebens. Selber frisch, mit guten Zutaten zu kochen, sich auch mal zu gönnen, draußen essen zu gehen. Also darauf wollen wir nicht verzichten. Und der zweite ganz wichtige Punkt, aber da spreche ich glaube ich vielen aus der Seele, ist das Reisen. Ob jetzt Nahziele, ob mittelferne Ziele, ob auf andere Kontinente. Also das ist für meine Frau und mich und inzwischen auch zumindest für unsere große Tochter zum ganz essenziellen Bestandteil unseres Lebens. geworden. Wir haben viel von der Welt in den letzten Jahren gesehen. Und ja, wenn Corona dann hoffentlich bald mal vorbei ist, dann wollen wir da natürlich auch wieder nahtlos ansetzen. Das kann ich verstehen und auch von meiner Seite bestätigen. Und ja, meine nächste Frage. Werden solche Investitionen nach Erreichung der finanziellen Freiheit problemlos möglich sein? Das sollten Sie, weil ich glaube, sonst wäre es tatsächlich mit der finanziellen Freiheit weit hergeholt. Ich möchte natürlich, und das inkludiere ich jetzt auch immer in meinen ganzen Berechnungen, zu alledem in der Lage sein, was ich auch jetzt möglich habe mit meinem Arbeitseinkommen. Und ich möchte jetzt nicht durch Kassenverzicht, beispielsweise, dass wir jetzt nur noch alle zehn Jahre in Urlaub fahren oder nur noch auf die billigsten Zutaten beim Essen zurückgreifen. Oder ich weiß nicht, was sonst noch. So sehr verzichten müssen, nur weil ich dann von mir behaupten kann, ich bin finanziell frei. Ich möchte schon mir einiges erlauben können. Und das muss halt einfach drin sein, bevor ich sage, ich ziehe den Stecker und verlasse mich da rein auf meine Kapitaleinkünfte. Auch wenn es vielleicht dann mit etwas weniger Ausgaben im Alltag möglich wäre. Ja, du hast bereits am Anfang von deinem Blog gesprochen. Du hast deinen Blog und deine Social-Media-Kanäle aktiviert. Und wie kam es dazu? Möchtest du uns da was erzählen? Ja, das ist jetzt schon knapp über drei Jahre tatsächlich her. Die Zeit vergeht ja manchmal wie im Flug und an solchen Sachen, genau wie am Großwerten der eigenen Kinder, merkt man echt, wie die Zeit einfach so verfliegt. Damals wirklich der Motivationspunkt für mich war aus vielerlei Gesichtspunkten geprägt. Zum einen hatte ich einfach Bock, neben meinem Hauptjob irgendwas Eigenständiges aufzubauen, auch wenn es jetzt erstmal nur ein ganz kleines Nebengewerbe ist. Aber ich wollte mich da einfach mal ausprobieren. Ich hatte, wie gesagt, schon immer ein Faible für Geld und Finanzen. Ich glaube auch, mich schon damals damit ganz gut ausgekampft zu haben und wollte da irgendwie auch ein bisschen mein Wissen weitergeben und mal gucken, wie das so ankommt. Das ist natürlich anfangs ein etwas mühseligerer Weg gewesen, denn nicht jeder hat darauf gewartet, dass David Frank seinen eigenen Blog eröffnet. Aber mit der Zeit, gerade dann auch durch Aufnahme der Social-Media-Kanäle, ist das nach und nach gewachsen. Und mittlerweile habe ich da wirklich eine ganz regelmäßige Zuschauerschaft und Leserschaft gewonnen, die sich immer schon auf meine regelmäßigen Artikel freuen. Ja, letztendlich, und da ist es jetzt mittlerweile hingewachsen, möchte ich natürlich auch versuchen, die Aktienkultur in Deutschland ein bisschen voranzutreiben. Das wissen wir. Ich glaube, in den vorherigen Interviews ist das auch schon mehrfach zur Sprache gekommen. Ich glaube, wir haben immer noch gerade einen Anteil von 15 Prozent der Deutschen, die tatsächlichen Aktien oder Fonds oder Ähnliches im Depot haben. Und der Rest eben nicht. Und da ist es eben noch ein sehr, sehr weiter Weg. Und da möchte ich einfach meinen Teil dazu beitragen, auch mit meinem Wissen und meinen Erfahrungen, dass das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch ein ganzes Stück weit mehr würde in Deutschland. Das klingt prima. Und du verfolgst ja eine zweigleisige Anlagestrategie. Was hat es damit auf sich? Ja, das hat sich so entwickelt, wie vieles bei meiner Finanzanlage. Grundsätzlich ist es erstmal so, Kernbestandteil meines Portfolios ist ein sehr breit diversifiziertes globales ETF-Portfolio. Diese Strategie verfolge ich schon seit kurz vor Einführung der Abgeltungssteuer 2008. Kommt einem jetzt zwar vor wie aus der Steinzeit, aber tatsächlich seitdem verfolge ich diese Strategie und bin auch nach wie vor sehr davon überzeugt. Allerdings ist es so, dass ich mit den Jahren, auch geprägt durch den Bullenmarkt des letzten Jahrzehnts, gemerkt habe, dass wenn man nur auf die Indizes setzt, dass man da rechts und links immer mal wieder Chancen liegen lassen muss, die einem geboten werden im Einzelaktienbereich, die es mir mit dieser reinen ETF-Strategie nicht möglich war zu nutzen. Da habe ich mir mit der Zeithaltung ein bestimmtes Konzept überlegt, wie ich an die Sache drangehen kann und wie ich mir entsprechend Aktien aussuchen kann, mit denen ich mein ETF-Portfolio dann entsprechend gezielt ergänzen kann. Okay. Und mit deinem jungen Rente-Bewertungsmodell ermittelst du, wie attraktiv bestimmte Unternehmen Hinsicht eines möglichen Aktienkaufs sind. Wie lange hat es gebraucht, bis du das ganze Modell finalisieren konntest? Ja, das ist immer noch ongoing, möchte ich sagen. Ich habe 2015 damit begonnen, mit den bis dato gemachten Erfahrungen, eben mein eigenes Bewertungsmodell für Einzelaktien aufzubauen. Habe dann mit ganz wenigen Einzeltiteln angefangen und habe dann mal so die für mich wichtigen quantitativen Bewertungskriterien eingefügt. Diese Datenbank ist nach und nach gewachsen. Mittlerweile habe ich da über 500, 600 Unternehmen drin, die ich eben regelmäßig bewerten kann. Und im Grunde genommen gucke ich mir da, wie gesagt, mehrere quantitative Faktoren an. Ich schaue mir an, wie günstig ist eine Aktie im eigenen historischen Vergleich. Ich schaue mir an, wie stark ist ein Unternehmen in den letzten Jahren und Jahrzehnten mit Wachsen. Und ich schaue mir auch an, wie hat das Unternehmen Krisen wegstecken können, wie stark waren die höchsten Gewinneinbrüche. Und aus all diesen quantitativen Faktoren entwickelt mein Bewertungsmodell dann letztlich eine Kennzahl, wie es oft bei solchen quantitativen Bewertungsmodellen der Fall ist. Und daran leite ich eben ab, ob ein Unternehmen und dessen Aktie für mein Depot grundsätzlich interessant sind oder dann eben auch nicht. Genau. Ja, und die gut bewerteten Unternehmen landen bei dir auf deiner Warteliste. Und wann schaffen sie es ins Depot rein? Ja, das muss man, glaube ich, da auch wirklich fein säuberlich trennen. Also mein Bewertungsmodell ist wirklich ausschließlich dafür da, zu filtern, welche Unternehmen und Aktien kommen erstmal grundsätzlich für mein Depot in Betracht. Und wenn da eben eine gute Punktzahl erreicht wird, dann schaffen sie es auf meiner Watchlist. Und dann fängt, möchte ich sagen, erst die eigentliche Arbeit an. Weil dann schaue ich mir erstmal qualitativ das Unternehmen an. Ich schaue mir, was für ein Management hat das Unternehmen? Was gibt es sonst rechts und linkens an News darüber? Wie sind die Branchen, Nachrichten und so weiter? Also wirklich ergänzend zu der quantitativen, auch eine qualitative Bewertung. Und dann, wenn auch das stimmt, dann ist natürlich auch immer noch das Bauchgefühl letztlich ein wenig ausschlaggebend. Denn manchmal sagt der Verstand irgendwie ja, aber das Bauchgefühl nein. Und dann höre ich doch immer mal wieder lieber auf mein Bauchgefühl und lasse dann vielleicht die ein oder andere Chance auch immer liegen, um wirklich nur sehr gezielt zu investieren. Das ist gut. Das Bauchgefühl hört sich nie. Ja, und was sind deine Erfahrungen mit CapTrader? Ja, CapTrader ist für mich seit 2018 ein ganz wichtiger Bestandteil, ein ganz wichtiges Tool, ein ganz wichtiger Anbieter für meine Aktivitäten. Denn seit 2018 bin ich neben meinen bis dato geführten Aktien- und ETF-Investments auch in den Optionshandel eingestiegen. Und CapTrader war für mich einfach das Tor in den Optionshandel. Die Trader Workstation, mit der ich da anfangs gearbeitet habe, das war schon eine gewisse Herausforderung, sich da einzuarbeiten. Inzwischen bin ich da tatsächlich mehr über die App unterwegs, macht jede Menge Spaß und ist auch sehr, sag ich mal, zeitschonend alles bewerkstelligbar. Aber man kann schon sagen, CapTrader ist für mich eigentlich die Instanz, wenn es um Optionshandel geht. Und ich bin da sehr froh, damals 2018 über diese Plattform eben den Einstieg gefunden zu haben und bin ja auch bis heute teuerkunde geblieben. Das stimmt. Und was schätzt du am meisten an CapTrader? Ja, es gibt mehrere Punkte tatsächlich, die ich an CapTrader toll finde. Ich glaube, Punkt 1 ist erstmal diese schier unbegrenzte Auswahl an Investitionsmöglichkeiten. Egal, ob es Aktien aus aller Welt sind, Optionen, die man darauf handeln kann und so weiter. Also eine derartige Auswahl habe ich sonst eigentlich nirgends so gefunden. Wenn ich da mit meinen üblichen deutschen Likoranbietern hantiere, da bekomme ich zwar auch viele Aktien und einige ETFs und Fonds, aber so in der Breite, in der schieren Masse wie bei CapTrader ist das eigentlich sonst nirgendwo verhandelt. Und zwei muss man sagen, ist die faire Gebührenstruktur. Ganz klar, sowohl beim Optionshandel als auch beim Aktienkauf ist das wirklich sehr wettbewerbsfähig. Und auch ein Punkt, sage ich mal, den ich bei meinen Aktivitäten fast gar nicht berücksichtigen muss, weil die Gebühren eben so niedrig sind. Und zuletzt muss ich sagen, CapTrader hat ein gutes Online-Portal, mit dem ich sehr gut zurechtkomme. Egal, ob es um Portfolioauswertungen geht oder eben Berichterstattungen, dass man sehr einfach nachvollziehen kann, was habe ich denn im letzten Monat an Optionserträgen, aus welchen Quellen gesammelt. Das stellt CapTrader mir alles sehr schön zur Verfügung und bildet für mich eben die Basis, sehr gut im Haushaltsbuch aufführen zu können, was meine Investment-Tätigkeiten anbelangt. Das hören wir natürlich immer gerne. Ja, da sind wir auch schon am Ende des Interviews. Vielen, vielen Dank, David Frank, dass du dir Zeit genommen hast. Das war super spannend. Und ja, man hört sich, man sieht sich immer ein zweimal im Leben. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin für deinen beruflichen Werdegang und auch privat. Und bedanke mich. Super, vielen Dank. Mir hat es auch mega Spaß gemacht. Und wie gesagt, vielleicht gibt es eine Fortsetzung. Gerne. Tschüss. Thank you. Ich bin froh, vielen Dank. Tschüss. Ich bin froh, vielen Dank. Sha propaganda zu werfen sind. Ich bin froh, vielen Dank.